Hallo und herzlich willkommen zurück bei Armored Core 6, Fires of Rubicon. Wir haben unseren Frosch aufgerüstet. Wir haben jetzt dicke fette Beine und ich würde gerne mit euch erst mal dieses Training machen, bevor wir in die nächste Mission gehen. Wir haben nämlich hier fortgeschrittene AC-Montage. Warum lerne ich das alles erst, nachdem ich das alles schon kennengelernt habe? Irgendwas läuft hier falsch rum, glaube ich. Ich meine, bei Elden Wing habe ich ja auch das Tutorial erst mal viel später gemacht, weil ich es nicht geschnallt habe, dass es ein Tutorial war, aber wer soll das? Fortgeschrittene 1, AC-Montage, Programm abschließen. Dieser VR-Simulator für die fortgeschrittene Ausbildung von Söldnern wird von Allmind bereitgestellt. Steuere ein Trainingsfahrzeug, um sein Verhalten und seine Funktionen kennenzulernen. Ausbildungsthemen, Doppelabzug, Booster und Mobilität, Generatoren und Grundspezifikation, FLS- und Einführungsbereichsabstand, AC-Montage und Strategie. Ja, habt doch schon dicke Beine. Jam, 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 jam. Du kannst auch ACs mit Fernwaffen und in beiden Händen montieren. Unter Piloten-Veteranen heißt dieser Stil Doppelabzug. Konfiguration mit Doppelabzug, die MGs oder ähnliche Waffen nutzen, können Gegner zuverlässig vernichten und sind geeignet, mehrere Feinde auf einmal zu bekämpfen. R2 und L2 halten stellvoll mit Waffen in beiden Händen. Das ist krass. Das will ich aber. Das will ich aber. Boah, das ist aber wirklich laut hier, gell? Ich muss ein Stückchen Laser machen hier. So. Gut, nachgeladen haben wir. Mit einem kleinen Grashüpfer. Booster und Mobilität. Die Mobilität eines AC wird durch die Art der installierten Booster in seinem Gesamtgewicht stark bestimmt. Dieser AC ist mit Boostern ausgestattet, die eine kurze TB-Nachladedauer haben. Dieser ermöglicht, Gegner mit aufeinanderfolgenden Turbo-Boost-Einsätzen zu überholen. Ah, interessant. Generatoren und Grundspezifikationen. Der in deinem AC installierte Generator hat großen Einfluss auf den Rest der Anlage. Von der Auswahl der verwendbaren Teile bis hin zur grundlegenden Leistung des ACs. Dieser AC verfügt über einen Generator, der IN-Kapazität priorisiert, um eine umfangreiche Nutzung von Manövern in der Luft und Turbo-Boostern zu ermöglichen. X-Halten aufsteigen. FLS und Einfügungsbereichsabstand. Das im AC eingebautes FLS-Feuerleitsystem beeinflusst die Zielverfolgung im Nah-, Mittel- und Fernbereich und die Dauer der Raketen- und Mehrfacherfassung. Dieser AC ist mit einem für den Nahkampf spezialisierten FLS ausgestattet und kann Angriffe mit Waffenhoher Feuerkraft zuverlässig anbringen. N commensiert FLS-Feuerleitsystem beeinflusst die Zielverfolgung des E-Grochens-Verstors ausgestattet. Spazierkompatetw 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 Aha. AC-Montage und Strategie Die ideale Kampfentfernung und der Kampf, die von ACs hängen von den installierten Waffenteilen ab. Dieser AC verfügt über vier Fernkampfwaffen für konzentrierten Beschuss auf mittlerer Entfernung. R2 und L2 halten, schnell vorher mit Waffen in beiden Händen. R1, rechte Schulter, L1... Okay, ja gut, ist ja klar. Das mit dem Angriffsboost, das kann ich überhaupt nicht leiden, muss ich echt sagen. Ach, das Fiegen, ich glaube, der hat jetzt kein Ding. Hä? 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 Oh! Alula 21E FC006 Abbott Und ein Generator Hier Von 4Long Dynamics entwickelt das FLS der ersten Generation. Dieses Modell stammt aus der Zeit vor der Spezialisierung von 4Long auf Raketen, wird aber wegen seiner Ausgewogenheiten geringen Energieverbrauchs weiter produziert. Gewicht auf 90 runter und Energiebedarf ist halt sehr hoch. Wenn wir das nehmen, brauchen wir auf jeden Fall den anderen Generator, glaube ich. Von Arquibus entwickelter Kreisstromgenerator. Er soll den leichten ACs wie den Modellen von Schneider zum Einsatz kommen, dabei wurde er auf ein geringes Gewicht mit einer größenkompatiblen Leistung gedacht. Leistungsrücke. Wir nehmen das jetzt mal, weil wir das bekommen haben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das zu unserem passt. Montage, doch alles gemacht. Was anderes? Ne. So, wir haben noch eine Trainingsmission. ACs mit Rückgelenken. Programm abschließen. Dieser VR-Simulator für die fortgeschrittene Ausbildung von Söldner wird von AllMind bereitgestellt. Steuere ein Trainingfahrzeug, um sein Verhalten und seine Funktionen kennenzulernen. Ausbildungsthemen. Rückgelenkteile, Flächenangriffe, Waffentypen, Energiewaffen und Überhitzen. Querstäger, mit Überhitzen kenne ich mich aus. Ähm. Okay, warte mal, was ist das für eine Motion? Unterstütze den Angriff auf die Festung der Rubicon. Zusatzbelohnung. Zerstöre die schwere mobile Artillerieplattform Juggernaut. Triff dich unterwegs mit eigenen Fahrzeugen. Wieder an. Okay. Da haben wir wieder eine Mission mit anderen. Kann das sein, dass ihm gerade ein bisschen ruckelt? Rückgelenkbeine ermöglichen kräftige Sprünge und nutzen die Beinstärke für Turbo-Boosts. Mit diesen Beinteilen kannst du auch sehr hoch springen, ohne dabei EN zu verbrauchen, was den Rückzug in der Luft auf den Übergang zum Luftkampf erleichtert. Die Geschosse der Granatkanone an der linken Schulter dieses ACs verursachen Flächenschaden. Mit Waffen dieser Art kannst du aus der Luft deinen Zähnen im Boden schweren Schaden zu winken. Das ist mir wie aufgeladen, Mann. Oh, das ist mir sehr hoch. Ich muss doch wieder so in die Himmeln nehmen. Au. Das war gemein. Ich hab's genau gesehen, du warst das. Waffen gehören je nach dem von ihnen verursachten Schaden zu einer von drei Kategorien, kinetisch, exklusiv und Energie. Die Abwehrleistung von ACs und anderen Fahrzeugen gegen diese Schadenstypen bestimmt ihre Empfänglichkeit oder ihren Widerstand. R2 Waffe in der rechten Hand, Waffe in der linken Hand. Oh, was haben wir denn da? Interessant. Oh, ja, ja, ja. Energiewaffen überhitzen. Das Abfeuer in einer Energiewaffe erzeugt Hitze und Dauerfeuer damit führt zu Überhitzung. Okay, eine Überhitzung deaktiviert Waffen vorübergehend, doch lässt man sie ruhen, kühlen sie sich ab und ihre Funktion wird wiederhergestellt. Achte darauf, deine Energiegeschwindigkeit. R2 Waffe, R2 halten, okay. Ach ja. Querschläger treten bei Gegner mit hohen Abwehrwerten auf und verringern den von ihnen erlittenen Schaden erheblich. Ich versuche dann, sie auf geringe Entfernung anzugreifen und verwende Sprengmunition. Okay, Sprengmunition. Das f Michein. Das war's. Hallo, ich bin doch gerade am Üben. Oh, eine Laserpistole. Okay. C-Test. Nee. Ich mag unseren AC. Operation Mauer-Kleiterer. Mittel-Velius. Festung der Liberation Front. Die Mauer. Basisangreifen peinliche Fahrzeugs. Zerstören. 330.000 bekommen wir dafür. Unterstütze den Angriff auf die Festung der Rubicon Liberation Front und zerstöre die schwere mobile Artillerie-Plattform Juggernaut. Triff dich unterwegs mit eigenen Fahrzeugen. Zusatzbelohnungen hängen von der Anzahl der zerstörten Gegner auf. Alles klar. Das ist V2-Snail, leader von der Vesper 2nd Squad. Ich will chair die Briefing für diese Mission. Das ist eine Operation von meinem eigenen Design. Considered ein Privilege zu beurteilen, zu beurteilen, zu beurteilen. Du wirst beurteilen die Wall, eine key-trading-outpost fortified von der Rubicon Liberation Front. Die Rabbele hat eine Defensive Linie mit einer Artillerie-Plattform-Klein und M.T.-Squads. Geh durch die Linie, dann machen Sie den Topf der Wall. Da, Sie finden den Juggernaut, eine Mobil-Heavy Artillerie-Plattform. Zerstöre ihn. Okay. Wir werden auch in diese Mission participate, infiltraten durch eine separate Route. However, be aware that Balaam has also taken a crack at the Wall, only for their vainglorious hopes to be dashed. Do try not to die like a dog out there. Ich mag ihn nicht, hat komisch geredet. Operation Mauer-Kletterer. Wir probieren's mal. Dein Objekt ist, die Liberation Front Fortress, die Wall. Zeig ihnen, dass du die Kredite wert bist. 621 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 5 5 5 5 6 4 6 2 1 5 6 6 6 7 7 Du wirst nie auf die Wände aufhören, Corporations-Dogs! Coral, mit Rubicon! AP auf 30%. 1. Repair-Kinder. D.P. at 50%. Der Kattling-Kanon ist gestorben. Der Kattling-MT-Squad wird umgekehrt. Du, der Maus-Tetrapod-MT-621. Keine Kattling-Kanon ist gestorben. Der Kattling-Kanon ist gestorben. Wir stehen als eine. Die Mercenariens! Der Kattling-Kanon ist 50%. Der Kattling-Kanon ist 30%. Oh nein, das ist der! Oh nein, das ist der! Der Kattling-Kanon ist gestorben. Ich habe keinen Kontrollboot erreicht. Ja. Main System, aktivieren combat-mode. Commencem-Mission. Wir beginnen mit einem Gelegen-Kanon für Arquibus. Wir holen die Kattling-Kanon-Kanon-Kanon-Kanon-Kanon-Kanon-Kanon-Kanon-Kanon. Und der Baus-Tetrapod-MT-Kanon-Kanon-Kanon. Wir haben eine Fälle vom Oberkirchen. 621, aufhören Sie an. Oh AP at 50% AP at 30% Hallo? A.P. at 50% No repair kits, report and enact! We stand as one! Die, mercenary! A.P. at 50% A.P. at 50% A.P. at 50% A.P. at 50% Ah, das andere Ding ist aber auch kaputt gegangen, oder? Ne, ist nicht noch. Okay. A.P. at 50% Main system, activating combat mode Commence mission. I'll start by clearing the way for Archibus. Take out the Gatling cannons protecting the city, and the Baus Tetrapod MT further in. There's heavy fire coming from up top. 621, keep an eye out for cover. A.P. at 50% A.P. at 30% A.P. at 50% S.P. at 50% Q.F. at 60% A.P. at 60% B.K. at 61% A.P. at 60% S.P. and 61% A.P. at 60% S.P. at 60% AP at 50% Woo No Repair Kits remaining. AP at 50%. Corporate! What? I don't have any Repair Kits anymore. No! Confirmed. You're inside the wall. Be prepared for close-quarters combat. Gibt es hier mal eine Speicherung? Ich hoffe, es gibt irgendwann mal eine Speicherung. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss!